Unser Thema Kartoffeln, um sie perfekt in die Dialyse Ernährung einzufügen, muss man einfach nur ein paar Kleinigkeiten beachten und schon kann man sie zumindest einmal die Woche essen. Schälen ist wichtig, das zweite in kleine Würfel schneiden und das dritte in viel Wasser kochen. Und zuletzt ist immer das Gewicht zu beachten. So, die Kartoffeln sind gekocht, jetzt geht es darum, dass wir Geschmack reinkriegen müssen. Salz ist ja immer die falsche Entscheidung in dem Fall, deswegen werden wir Zwiebeln anrösten, weiße, wir brauchen Knoblauch, Rosmarin und Himian, viel Butter, prinzipiell ist viel Fett, viel Butter sowieso immer gut und wir nehmen noch ein ganz bisschen Zucker, um die Zwiebeln ein bisschen braun zu kriegen, zu karamellisieren, weil die einfach so viel mehr Geschmack bekommen. Zuerst machen wir die Butter in die Pfanne, dann geben wir schon die Zwiebeln dazu und auch gleich ein bisschen Zucker, damit es karamellisiert, weil das, was dann braun wird, ist auch das, was den Geschmack letztendlich ausmacht. Und der Knoblauch, wie gesagt, nur angedrückt. Und die Kartoffeln. Jetzt muss das Ganze schön Farbe nehmen und dann sind sie im Prinzip schon essbereit. Jetzt sieht man schon, dass sie schön goldbraun geworden sind. Jetzt müssen wir die Aromaten, sprich den Rosmarin, Thymian und Knoblauch rausnehmen, weil das Aroma ist jetzt eh in die Butter übergegangen und schon können wir die anrichten. So, jetzt kommt noch Basilikum drauf und fertig sind unsere Kartoffeln. Das ist jetzt ebenso, jetzt kommt noch ein paar Sachen. Dann geht's dir bitte, bitte. Vielen Dank.